der Studenten eine FDJ-Gruppe. Ich muss das vielleicht noch etwas anderes. Studium hieß, zu meiner Zeit fast alle, später bekamen ja alle Stipendium. Studium hieß, man wohnte entweder in einem Studentenwohnheim, in meinem Fall, ich habe in Biesdorf vier, fünf Jahre gewohnt, nicht zu vergessen, ich glaube 15 Mark im Monat, also Kosten und preiswerte Speisungen an der Universität Mensa Speisung und auch die, die sich ein Zimmer nahmen, das waren glaube ich auch noch die Mehrheit, ja wenn die 25 oder 30 Mark oder vielleicht im Einzelfall auch mehr oder weniger bezahlten im Monat, war das mehr. Also die soziale Grundsituation von uns war eigentlich, man konnte sich voll dem Studium widmen. Das heißt nicht, dass viele auch gearbeitet haben als Nachtschichte, als Schwestern oder auch Bedienung oder sowas, um sich etwas zuzuverdienen, denn es ist natürlich knapp als Student, aber wir waren sozial im Grunde genommen frei, weil man konnte sich dem Studium widmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.